Wie umgehen mit der Türkei? Arne Lietz ist für die SPD im Europäischen Parlament. Erdogan demonstriert also seine Macht, er tritt die Meinungs- und Pressefreiheit mit Füßen und die Europäer sehen zu. Ist Ihnen das peinlich? Peinlich ist, finde ich, nicht das richtige Wort. Ich finde es eher erschreckend, dass wir so wenig in der Hand haben, um Erdogan hier an die Schranken zu weisen. Wir sind auf einem langen Prozess unterwegs gewesen, jetzt im europäischen Prozess, weil die Türkei der EU beitreten wollte. Und Erdogan zeigt momentan das ganze Gegenteil, indem er die Todesstrafe aufgerufen hat. Aber auch die Verhaftungswelle, die jetzt wirklich eine Verhaftungswelle ist, wo er alles unter den Deckmantel der Antiterrorgesetzgebung hüllt, die zerstört aktuell die Demokratien der Türkei. Da bin ich sehr besorgt. Ja, Sie sagen, Sie haben wenig in der Hand. Ich würde sogar vielleicht so weit gehen, zu sagen, was haben Sie überhaupt noch in der Hand? Europa ist für die Türkei der stärkste Wirtschaftspartner. Und wir werden die Kommission, das habe ich heute auch mit einer Kollegin deutlich gemacht, jetzt sofort kontaktieren und wollen von der Kommission hören, welche Schritte wir denn tun können. Wir sind in mehreren Nachbarschaftspartnerprogrammen mit der Türkei gemeinsam unterwegs. Wir haben Wirtschaftskontakte, auch durchaus vielleicht privilegierten Zugang für die türkische Wirtschaft. Und jetzt heißt es, mal genau zu schauen, wo wir denn aktuell stehen. Wichtig ist, dass das Europaparlament nichtsdestotrotz klar macht, dass wir hier nicht nach der türkischen Pfeife tanzen, beispielsweise in der Visa-Liberalisierung. Dort hat der türkische Außenminister gefordert, sie sofort zu bekommen. Ansonsten wird der Türkei-Deal platzen und hier sage ich als Europaabgeordneter, dass wir uns hier überhaupt nicht treiben lassen. Die Türkei hat selber 72 Kriterien zugestimmt, auch die Antiterrorgesetzgebung hier abzuändern. Und die ist dann über weitem nicht erfolgt. Im Gegenteil, die wird ja gezogen, um das Land aktuell hinter das Gefängnis zu bringen. Aber glauben Sie denn, dass das Europäische Parlament so stark ist innerhalb der EU-Länder, dass es verhindern kann, dass zum Beispiel die Bundesregierung nicht darauf besteht, dass an diesem Deal wegen der Flüchtlinge festgehalten wird? Das eine hat für mich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der Deal ist zwischen Regierung und der Regierung der Türkei gefasst worden. Und von da ist das Parlament auch da außen vor gelassen worden. Genau, aber daneben können Sie ja auch nicht sagen... Da können wir überhaupt nichts machen. Aber vor dem Hintergrund können wir aber trotzdem appellieren, beziehungsweise die Visaliberalisierung kommt nur mit dem Europäischen Parlament. Das weiß die Türkei. Und hier zeigen wir bereits seit dem Frühjahr ganz klar die gelbe und die rote Karte, dass das nicht mit uns passieren wird. Da kann der Außenminister fordern, was er möchte. Da werden wir nicht von weichen, weil das normale Prozedere sind, die wir auch mit anderen Ländern führen. Danke, Arne Lietz. Gerne. Das war's.